So, willkommen zurück zu Death Stranding, hier in diesem idyllischen Feld auf dieser wunderbaren Wiese mit Schmetterlingen. Ach, nö, jetzt kommt da wirklich Wasser. Echt jetzt? Kann ich da eine Leiter benutzen? Ja, nicht so wirklich, ne? Das ist nicht lang genug, richtig drüben. Natürlich ist es auch zu tief, das Wasser. Lustig. Shit, Mann. Die Leiter geht doch hier unter, oder? Ach, so eine Scheiße. Jetzt müssen wir noch einen Weg hier über das Wasser finden. Das war einfach zu einfach, wie ich gedacht habe, ne? Viel zu einfach. Das ist ja mal schlimmer. Und da hinten sind Mewls. Oh, damn it. Ich kotze. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten irgendwo überkomme. Vielleicht wird der Fluss ganz schmal da hinten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, dann guck ich mal, ob ich da hinten rauskomme. Okay, vielleicht geht ja hier was. Scheiße, das war auch nix. Okay. Okay, vielleicht kommen wir hier rüber. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Puh. Okay. Weil ich mir nix merken kann, stelle ich mir hier ein Schild auf. Danke. So, ich muss mir in diese Richtung. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird nur noch schwerer. Das war's für heute. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchssensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fracht. Pass auf, das könnte Ärger geben. Okay, ich versuch mal aufzuklettern. Das ist vielleicht ne doofe Idee, aber ich versuch's. Okay, doofe Idee. Doofe Idee. Okay, der Weg ist wirklich sehr beschwerig hier. Oh, das wird schon, das wird schon. Er hat doch gelacht, wenn ich das nicht hinkrieg. Langsam. Okay. Immer noch geradeaus. Irgendwie. Irgendwie. Ich kann mir da... Hatsch! Einer will sehen, bitteschön. Ach, da steht einer hinter mir. Oder was? Nee. Ach, das ist doch noch meine Silhouette. Aber wo... Hä? Hat mich jetzt einer entdeckt? Was soll denn das? Komm, Sammy Boy, hoch mit dir. Gut. Wenn du nur noch schweckst. Okay. Okay. Hier komm ich nicht lang. Oh, hier ist besser. Langsam. Äh, langsam. Langsam. Ich nehm aber auch nen komischen Weg, ne? Ach, wir gehen uns aber schon in diese Richtung hier. Nein, 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 nein. Vorsicht! Vorsicht! Okay, kurze Verschnaufpause. Los! Okay, kann ich das Verteilerzentrum schon sehen? Nee. Wir sind ja überall Mules. So eine Scheiße. Okay, langsam, freh langsam. Achtung, ich habe eine kleine Bombe. Okay. 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 Was ich richtig gut an dem Spiel finde, ist, dass es kein Tag- und Nachtwechsel gibt. Jetzt stellt euch mal vor, hier wäre es noch dunkel. Oh Gott, ne, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh oh, ich höre ein Gewitter. Okay, gucken wir, ob ich es irgendwie da rüberkomme. Eigentlich müsste ich... Oh, langsam. Ich muss nicht über diesen Fluss jetzt, ne? Eigentlich. Richtig? Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, ich muss über den Fluss. Über den Fluss. Ich muss. Ich weiß. 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 Ja, gut. Hm. Ich muss mehr so ein bisschen in diese Richtung. Ich komm dem Gewitter immer näher, ne? Shit, man. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich hasse diese GDs. Die sind so scheiße. Die mehr sind einfach nicht. Ich weiß 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 nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die Frage ist jetzt, muss ich das hier genauso machen wie mit der Atombombe? Ich guck nochmal auf die Aufträge Liefere, okay, ich liefere nur, okay, na gut Ich probier's Okay, scheint zu funktionieren, gut Alle Waffen sind während des Aufenthalts-Lokines Dracht gefrügt Vielen Dank Anzug wird die Kostaminien Abgeschlossen Willkommen, Sam Porter Bridges Lieferung abgeschlossen Zeige Leistungsbeurteilung Untertitelung Was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen Euer Chirabes-Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht Diese Stimme Hörst du das, Mama? Hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht Ist das klar? Masha, genug der Spielchen, Mama Der Herr hat mich wohl nicht verstanden Mountain North City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuert ihr direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu Wir haben euch nicht hergelegt, um unser Leben zu diktieren Darüber entscheiden wir selbst Danke Du sollst uns nur ab und an was liefern Mehr nicht Also sprichst du für die Stadt? Genau Ich hab hier das Sagen Mein Name ist Lockner Warte, ich Ich muss mit dir reden Du bist deine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder Nöger zu, verdammt Ich brauche deine Hilfe Aber wir wollen deine nicht, Bridges Ihr macht alles bloß noch schlimmer Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtbord zu sprechen Wir brauchen Sie und Ihre Leute Wir haben schon zu viele andere verloren Ohne Mountain North City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig Und jetzt? Also, die Sache ist die Sam Lockner ist Mamas Zwillingsschwester Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen Zweite Gruppe, genau wie Mama Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik Lockner ist die theoretische Mama hat die Cupid Hardware entworfen Lockner die Software Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln Aber nach Morlinghans Unfall haben sie sich überworfen Lockner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen Keine Ahnung, was zwischen ihnen war Aber wenn wir Lockner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst Andererseits finden wir so viel leicht heraus, wie wir Lockner umstimmen Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren Gute Arbeit Okay Also Zwillingsschwestern, ja Interessant Okay, hier ist nichts, was ich ablegen will Gut Ja, dann wird es jetzt mal ein bisschen ein kürzerer Teil, würde ich sagen Dann mache ich hier erstmal einen Cut und dann überlege ich mir, was hier zu tun ist Also, bis dahin Bye, bye